Hallo und Herzlich Willkommen hier zur nächsten Folge hier für Karne Ima Turing, so ein 3.1.1. Ich mache hier mal eine Kontrollfahrt mitfahren, ob das klappt. Ich habe hier einiges umgestellt und zwar, dass er von Düngehof 1 abholt. Da war der erste Fehler, der ich gemacht hatte. Und der zweite Fehler war gewesen, dass er mit Saft wirklich klarkam und ich muss den Kurs ein bisschen anpassen, dass er da auch entsprechend dichter dran ist. Das habe ich mal gemacht. Mal schauen, ob das jetzt klappt. Dann muss ich, Entschuldigung, irgendwie erst da hinkommen. Dann nimmt es mir einfach einen Kurs, den er jetzt finden kann. Ja, durch die Scheude durch. Ich bin nicht begeistert, aber das geht wohl nicht anders. Ich sag mal, für die engen Straßen und so ist es echt schwierig, da einen Kurs zu rechnen, also zu programmieren. Oh, durch den Stall durch. Oh, durch den... Jetzt kommt der Milchfahrer im Wege, ne? Hundertprozentig. Ah, nicht, einfach durch den Stall durch. Dass die Geräte so schmal sind, ne? Tag nu. Ja, Mist, muss ich mal hier wegfahren. Mal schauen, wie es klappt. Also das ist meine... Ja... Erste Sorge, die ich habe, ne? Und ich muss die Geräte aufräumen, das ist ganz wichtig, sobald wie möglich. Denn, äh, Auto-Dreifuß war sehr, sehr pinkelig. Äh, auch zurecht, ne? Weil, wenn das im Wege steht, dann kann man nicht drüber hinwegfahren, ne? Das geht schon mal aufgeklappt. Boah, es klappt. Gute, können wir weiterkommen wegen... Wegen... Wegen seiner... Pferde Heu. So. Da mal so. So. Also gut, dass wir Auto-Lot haben, dann hätte ich gesagt, okay, fliegen und den Mist unter, ne? Das... Das... Na gut, äh, die drei Fahrzeuge gibt es ja auch noch für. Also mit 15 Anhängern immer gut. Gut, da hätte man praktisch immer schicken müssen, ne? Oder mal echt probieren mit CoSplay, sammeln und wegbringen, ne? Aber da brauchen wir sehr lange für, also... Ich musste mehrere Fahrzeuge einsetzen. Theoretisch. Bei der Größe hier, bei der Menge... Eine Heidenaufgabe. Bei einem Fahrer... Bei der Entfernung... Berechnung und so... Gut, wir haben nur 4 FPS gewonnen, aber immerhin, ne? So, wenn wir auf 2. Anhänger schon angefangen, ne? Mal gucken, einstellen... Vor allem aktivieren, ne? Einstellen brauchen wir ja nicht. Aber die erste geht auch noch drauf. Na ja, dann... Da war ja noch eine Reihe, ne? Ah, da hat er eine gleiche Macke. Ach so, hier mal gucken, eine letzte Macke. Ob da auch so ein Problem ist mit den 5. Ballen. Aber gut, dass wir die großen Fahrzeuge haben, das hätte schon echt ein Problem. Ja, für den Preis brauchst du aber nicht groß verkaufen, ne? Das ist ja nur... Gut. Das kann auch ein Leistungsfresser sein, wenn du die ganzen Ballen hier berechnen musst, ne? Das stimmt. Da fällt mir jetzt gerade auch so ein, dass hier entsprechend die Leistung entsprechend im Keller ist. Das können auch die Ballen sein, ne? Sind ja sehr viele, ne? Da habe ich genommen. Und da werden immer weniger. Ein paar mal fahren. Geht schon. So, jetzt den zweiten anhergucken. Nehmt der auf. Ja, passt. Etliche, ne? Ja. Das Optimum muss aufgefüllt werden. Das ist jetzt aber nicht lustig. Hat doch gerade eingestellt. Ja, Dünger. Das habe ich nicht gemacht. Nicht aktiviert. Großer Feld 37. Ja, das ist jetzt so. Aber irgendwann geht das ruflos, ne? So. Ich dachte auch schon wieder, ne? Kann das nicht sein. Ich meine, das ist eine große Hilfe, wenn du alleine Dünger holst, ne? Ja, sonst hätte ich da einen Überladewagen haben müssen, und dann erst mal ein Versprechen immer nachfüllen, ne? Das wäre ja auch egal. Muss nur halt gemacht werden. Und so könnte es alleine laufen, ne? Ja, was meine Silasio macht, ne? Da wurde ein Tag. Bei neun Tagen, die ich aktuell spiele. Wird es auch drei Tage dauern. Bei Ballen. Bei, beim Silo. Weiß ich das nicht. Hat aber auch Zeit. Weil, äh... Das muss ich heute nicht gleich anfangen. Und wegfahren. Das kann ich auch im Winter machen. Dann müssen noch die Straßen geräumt werden, ne? Das ist ja auch so. Das Paket habe ich drauf. Und da habe ich schon eine schöne Methode der Marsch probiert und erfolgreich hinbekommen, dass automatisch beim Fahren geräumt wird. Zumindest mit der Schneefräse. Das klappt ganz gut. Und wenn die nicht klappt, nehmen wir halt ein Schiebeschild. Äh... Straße gehören. Das ist jetzt das einzige Problem, was wir dabei haben, ne? Ich weiß nicht genau, wie es gekostet. Wenn die Straßen dann Eigentum sein müsste oder könnte, oder... Dann wäre es ungünstig, ne? Da muss man im Winter halt andere Arbeiten machen, ne? Halt Forst, ne? Bäume fördern und so. Aber mal schauen. Wird lange nicht so weit. Also Arbeit ist hier mehr als genug. Das ist ja auch so weit. ballen sammeln ballen sammeln was ist los bei dir zu dicht dran will ich nicht weit weg auch nicht also guter lenkrad habe das muss ich ganz ehrlich sagen ohne lenkrad oder hätte schon nie die linke hand wehgetan gute erfindung kann man sagen so kann man sich eine etliche stunden hier verbringen wieder mal schief gefahren aber hinten wird nicht angezeigt glaube ich nicht ne wird nicht angezeigt wird nur vorne angezeigt und das ist ja das ist halt so ne 3 gehen noch ja wenn wir ein vermögen verdienen könnten aber gut ist halt so machen wir das beste draus ja den wollte ich nicht haben aber gut wald lücke den punkt anvisieren sehen wir da anders aus sagt ne verkauf stellen dann da was scheune ach so manuell ist klar ballen mal sehen wie ich schon erfährt ich habe mal mit dass er auch klar kommt mit der kurve und so ne was sie noch machen müsste wäre die felder einfahren mit dem randkursen das da das entsprechend so bleibt das im feld bleiben der fahrer zum ziel gucken keine zeit das jetzt ein einigermaßen klappt einigermaßen dann könnte man sagen wir können in zukunft allein los schicken und wir könnten nebenbei mit dem nächsten lkw auch wieder sammeln einfachst ablos aber immerhin zwei minuten scheune ist verkehrt seht nix scheune ist das nicht junge das ist was anderes viel handel futter ankauf bald ankauf jetzt muss ich mal gucken nach preise ob da unterschiede gibt pferdegras heu ja 112, 117 tja ja ist halt so ne pferdegras village oder bisschen besser aber wie gesagt hat er hier die jahre bgh acht minuten war klar fantastik hat durchdrehende reifen warum ja ich hätte einen baum im weg also bin ich mit der arbeit nicht zufrieden kollege ja der große flug ist was fällt nicht ideal ist zwar nur der mittlere flug also der zweit kleinste oder der halb größte aber im großen ganzen nicht das passt ne noch viel nacharbeiten den anderen muss ich aber kontrollieren der heufahrer wo ist er da wird schwierig also mit den kurven und so ne da fährt man ein bisschen zu schnell ja ich wünsche mal alles schön samstag ne wir vergessen war wieder performance so beschäftigt auch so klappt das ganz gut ein glück auch das hier mit den dolly hinten das klappt ganz super und wie gesagt es kann sein dass die anhänger punkte 1 zu tief sind jetzt normalerweise ist ja diese anhänger keine koppelung vorgesehen weil ich schlecht weg die länge schon haben also es werden zu lang ich würde so keine zulassung bekommen denke ich mal aber hier haben wir eine andere verkehrsordnung da hoffe ich mal dass es kein bucky verpackt ist also bisher bin ich optimistisch habe da nichts gesehen bucky meine ich wegen ich muss selber fahren hier brauchen wir zu lange hier hat man den autodreifkurs so gemacht dass prinzip zwei fahrzeuge vorbeifahren können also in der mitte war so ein stück und dann wieder außen links und sind sehr viele fahrzeuge gefahren das sind ansonsten ja verkehrsbedingungen aber hier ist auch im prinzip eine naja ein kompromiss weil es zwei fahrzeuge haben tatsächlich keinen platz hier links und rechts hat wird nichts ist ja halt mal so ne ist ja halt mal so ne aber sei mal froh dass alles da ist brauchen also kurz und autodreif allein der wird sonst äh ja aber schwierig kann man sagen ne naja hat er gerade so gepackt und das ist ganz gut dass es so funktioniert wir haben hier LS22 noch ein bisschen naja das dauert ja eine Zeit lang ne bis das so funktioniert ich mein das die da für so eine Zeit für haben und das programmieren boot up wie gesagt gewisse Programme würde ich auch für bezahlen ne da wäre Cosplay und Autodreif machen wir aus DLSI kaufen ja müsste dann würde es tun das würde ich nicht verzichten voll äh Fahrzeuge und so das sicherlich nicht unbedingt kann man auch ohne aber wie gesagt hier so ein Cochlear Autolot Anhänger ist auch was feines wie gesagt ich habe keine Ahnung vom Programmieren das ist deswegen da bin ich froh wenn man sowas äh bekommt das ist allermeisten kostenlos ne das hier verstehe ich immer nicht über einige wenn das nicht zu 100% funktioniert das dann geschimpft wird ne wenn es nicht funktioniert dann ist es halt so dann nennt man das halt nicht und das ist gut so angekommen nach vorne gehen und hier müsste jetzt auch ja nicht schimpfen aber hier wäre ganz gut immer erkennen könnte wo es abladen könnte ne wo alle verschwinden und nicht nur vier die hinteren drei aber gut aber wie gesagt probieren vielleicht vorne die Kante das kann sein aber das ist das kleine Problem ne ja ist weiter vorne gefahren und schon zurück muss die Markierung Sprech machen haben wir sowas ja mal gucken modellieren texte also immer mal essen menü einmachen man gucken landschaftsbau nicht 1 stärke ändern annehmen annehmen x x wechseln bodentyp naja hier kommt ja nix bodentyp machen wir deutlich ne als Markierung im Prinzip ne wo man im Prinzip äh abkippen oder abladen sollte genau hinten wird schwierig der Laternenfall kann sei das System entfernen lasse das wäre an der anderen Seite besser aufgehoben aber mit zweier gespannt war ja auch nicht vorgesehen ne aber ehrlich macht da malerweise keiner so ein bisschen nach links rüber so ist fein so liebe Schau das soll es auch schon heute gewesen sein dann seid mal tschüss tschau tschau ja morgen geht es hier weiter hier in Thüringen ja mit noch leider Ballensammel das kriegen wir hier gleich ja tschüss tschau und dicke Zeit morgen geht es hier weiter hier in Thüringen tschüss